Hier Zentrale, an alle Einheiten. Ich habe einen rasenden Aston Martin am Feld. Zentrale, hier ist eine 52. Ich habe Sichtkontakt mit Raser in der Nähe des alten Museums. Roger, Verfolgung aufnehmen. Roger, Verfolgung läuft. Einheit 52, bitte um Informationen über Ihren Standort. Zentrale, hier ist eine 52. Raser weicht aus. 10-4. 52, Ihr Zentrale. Wie lautet Ihr Standort? Zentrale, hier ist eine 52. Ich bin in der Nähe des Dorfes. Bestätigt. Einheit 52, wie lautet Ihre Geschwindigkeit? Zentrale, hier ist eine 52. Er wird über 100 Kilometer pro Stunde. Bestätigt. Das können Sie dem Richter erzählen. Sie sind verhaftet. An alle Einheiten. Ich habe einen rasenden Chevrolet Camaro am Dorf. Zentrale, hier ist ein 52. Ich habe Sichtkontakt mit Camaro hinter dem Dorf. Bestätigung, Verfolgung aufnehmen. Bestätige. Nehme Verfolgung auf. Hier spricht die Polizei. Hier spricht die Polizei. Zentrale, hier ist eine 52. Wie lautet Ihr Standort? Zentrale, hier ist eine 52. Ich verfolge Objekt an der S-Kurve. Bestätigt. Einheit 52, Ihr Zentrale. Wo ist Ihr Standort? Zentrale, hier ist eine 52. Ich bin an der Haarnadel. Roger, das reicht. Zentrale, an alle Einheiten. Wir haben einen rasenden Aston Martin in der Haarnadelkurve. Zentrale, hier ist 52. Raser fährt selber einen Aston Martin in der Haarnadelkurve. Kontakt bestätigt. Einheit 52, Verfolgung aufnehmen. 10-4, Verfolgung läuft. Einheit 52, wie lautet Ihre Geschwindigkeit? Zentrale, hier ist eine 52. Er hat mehr als 40 km pro Stunde drauf. Bestätigt. 52. Einheit 52, wo ist Ihr Standort? Zentrale, hier ist 52. Ich bin in der Nähe des großen Tunnels. Verfolge Raser. Roger. Gehen Sie langsam vom Wagen weg. Sie sind verhaftet. Zentrale. An alle verfügbaren Einheiten. Wir haben einen Bericht über einen rasenden Chevrolet Camaro hinter dem Feld. Bitte um Untersuchung. Zentrale, hier ist eine 52. Ich habe Sichtkontakt mit Objekt. Einen halben Kilometer vom großen Tunnel entfernt. Kontakt bestätigt. Einheit 52, Verfolgung aufnehmen. Bestätigen. Verfolge Objekt am großen Tunnel. Einheit 52, Zentrale. Wie ist Ihr Status? Halten Sie Ihre Hände so, dass ich Sie sehen kann. An alle Einheiten. Zentrale. Ich habe einen rasenden Aston Martin einen halben Kilometer hinter dem Feld. Bitte um Untersuchung. Zentrale, hier ist eine 52. Ich habe Sichtkontakt mit Aston Martin. Kontakt bestätigt. 52, Verfolgung aufnehmen. 10-4. Ich verfolge Objekt. Einen halben Kilometer hinter dem alten Museum. Einheit 52. Wie lautet Ihr Standort? Zentrale. Hier ist 52. Ich bin in der Nähe des Kingsley Mansion. Roger. Zentrale, hier ist 52. Objekt weicht aus. Bestätigt. Zentrale, hier ist einheit 52. Ich bin hinter dem Dorf. Verfolge weiterhin Aston Martin. Roger. Einheit 52. Das können Sie dem Richter erzählen. Sie sind verhaftet. Vorsicht an alle Einheiten. Hier ist Zentrale. Ein rasender Chevrolet Camaro. Einen halben Kilometer von der F-Kurve entfernt. Bitte um Untersuchung. Zentrale, hier ist eine 52. Raser fährt Lila Camaro. Kontakt bestätigt. 52, Verfolgung aufnehmen. Roger. Verfolge in Raser. Einheit 52. Hier Zentrale. Bitte um Informationen über Ihren Standort. Zentrale, hier ist 52. Camaro weicht aus. Bestätigt. Das können Sie dem Richter erzählen. Sie sind verhaftet. Zentrale, hier ist... Vorsicht an alle Einheiten. Wir haben einen Bericht über einen rasenden Aston Martin in der Nähe des Dorfes. Zentrale, hier ist 52. Ich habe Sichtkontakt mit Objekt. 10-4, Kontakt bestätigt. Einheit 52, Verfolgung aufnehmen. Roger. Ich verfolge. Er ist Martin. Das reicht. Sie hatten genug Warnungen. Jetzt können Sie es dem Richter erklären. Zentrale, hier ist 52. Hopp. Hier Zentrale, an alle Einheiten. Ein rasender Chevrolet Camaro hinter dem Dorf. Zentrale, hier ist 1-52. Ich habe Sichtkontakt mit Camaro. 10-4, Kontakt bestätigt. Einheit 52. Bestätige. Nehme Verfolgung auf. Einheit 52. Wie lautet Ihr Standort? Zentrale, hier ist 1-52. Ich bin am Dorf. Verfolge Rasa. Roger. 52. Zentrale, Aktualisierung. Zentrale, hier ist 52. Camaro benutzt die gesamte Straßenbreite. Bestätigt. Halten Sie Ihre Hände so, dass ich sie sehen kann. Sie sind verhaftet. An alle Einheiten. Zentrale. Ein rasender Destin Martin, einen halben Kilometer vom Kingsley-Männchen entfernt. Bitte um Untersuchung. Zentrale, hier ist 1-52. Ich habe Sichtkontakt mit Rasa am Kingsley-Männchen. Bestätigt. Kontakt bestätigt. 52. Verfolgung aufnehmen. Roger. Nehme Verfolgung auf. Stopken Sie Ihren Magen. Das reicht. Sie hatten genug Warnungen. Jetzt können Sie es dem Richter erklären. Zentrale, hier ist 2-52. Zentrale, an alle verfügbaren Einheiten. Ein rasender Chevrolet Camaro, einen halben Kilometer hinter dem Dorf. Zentrale, hier ist 2-52. Objekt fährt roten Camaro, einen halben Kilometer von der S-Kurve entfernt. Bestätigung. Verfolgung aufnehmen. Einheit 52. Bestätige. Verfolge Camaro. Einheit 52. Bitte um Informationen über Ihren Standort. Zentrale, hier ist 2-52. Rasa weicht aus. Bestätigung. Einheit 52. Hier Zentrale, an Einheit 52. Wie lautet Ihr Standort? Zentrale, hier ist 2-52. Ich bin hinter der Haarnadelkurve. T-4-52. Einheit 52. Zentrale, bitte um Informationen über Ihren Standort. Zentrale, hier ist Einheit 52. Ich verfolge weiterhin Camaro in der Nähe der Steinbögen. Bestätigt. Halten Sie Ihre Hände so, dass ich sie sehen kann. Sie sind verhaftet. Zentrale, hier ist 52. Objekt ist in Polizeigewahrsam. Roger. Objekt ist verhaftet.